So zum Klischeeal, wir öffnen jetzt die Zone, okay, und ja, machen wir den Pfeil, wir kriegen den Fremd weg, so, wir warten mal auf den Gegner, okay, der macht nichts, war gut, so, Bohlen kommt hier hin, okay, das war schon mal gut, wir sparen aber noch, jetzt kommt hier die Hexe, wenn es geht, würde ich natürlich die Musketiere etwas nach vorne ziehen, das war natürlich schlecht gemacht, dann müssen wir das Ganze akzeptieren, okay, und jetzt auf den Turm, okay, dann müssen wir noch warten, so, ich könnte jetzt natürlich schon meine Fire Spirits benutzen, ja, die auch noch nicht rein, aber der Turm fällt, na gut, die Pumpe, okay, wir warten jetzt auf den und dann gucke ich, gucke ich mal weiter, was ich mache, je nachdem, was er macht, okay, da habe ich was dagegen, so, dann werden wir jetzt mal auf der Stelle ziehen, so, dann sind wir jetzt schon down, okay, das war gar nicht so verkehrt, der Elixier kommt auch relativ schnell nach, wir machen auch bald schon mal das nächste Elixier voll, wir können hier mal den Tornado nutzen, okay, da ist der Turms gefallen, damit steht es 1 zu 1, ja, die Litre waren wieder, Fire Spirits, Aulus könnte kritisch werden, ich werde aber den Turm nicht holen, okay, jetzt hier den Golem, dann warten wir, wir setzen jetzt die Musketärin hinten, okay, Tornado, Fire Spirits, zappen das Ganze noch einmal, O-o-o Mol, ohool, kommt auch mal, kommñon, ok, bis jetzt geht es noch, ja, um könnte kritisch werden, ich bringe rein, ok, ja, hab ich auch, ja, ok, dann könnten wir gleich die nächste Hexe setzen, bleibt das hin, dahinter, ne, dann ist das hier ein Unentschieden, ich meine etwas, ja, da können wir noch etwas upgraden, später dann, jetzt können wir nicht, ich glaube ich ja, spenden wir den nochmal, ja, dann lesen, das kann auch, ja, ja, bis zum nächsten Mal bei Clash, und